Und hier bin ich wieder. Dieses Video ist auch mal kommentiert und jetzt geht's zum Zeitfahren über. Nun, wir haben die TDA-Bausers-Festung 2 und ich kommentiere das Ganze hier nach. Weil... Es ist einfach mal Sonntag und wir haben heute schöne Nacht und ich mache das Freude nicht so sehr. Und die Zürcher der letzten Monate hat mich nicht dazu gebraucht, dieses Video hier nachzukommentiert, weil ich mit vielem anderen beschäftigt war. Außer... zu kommentieren. Weil ich halt mal so war. Und deswegen möchte ich das Video heute hier nachkommentieren. Heute ist übrigens Sonntag. Wenn ihr zum Beispiel gerade TARDOS guckt. Und ich möchte danach dieses Video hier anklustern. Und dann könnt ihr es ja ruhig machen. Denn ich mache immer gute Videos. Also, ich hatte hier eine gute Zeit auf der Strecke. Und... Die zweite Runde ist jetzt. Ich tue alle Zeitfahrvideos nachkommentieren. Denn das macht am meisten Sinn. Denn... Denn... Ich nehme hier mit dem Handy auf. Und... Und... Und deswegen nehme ich jetzt hier eine Capture Card hier. Ich finde es übrigens auch besser aufzunehmen, denn... Das sieht halt schon aus, finde ich. Und... Und... Und ich habe das einfach mal aufgenommen. Und... Damit ihr euch freuen könnt. Und... Und ich habe... die Seite... die Hose ist heute nicht möglich. Und... Und... mein Hund ist... praktisch beim Hund. Also, heißt... wenn mein Hund das Kind gerne immer Banni ist. Und deswegen... kommentiert erst einmal das Video hier heute nach. Ich will die erstmal Ruhe haben, dann geht es gut, wenn man erstmal Ruhe hat. Los.